Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi shrahli sadri wa yasir li amri wa hlul uqtati min issani yafqa huqawli. Assalamu alaikum ikhwan. Erstmal barakallahu fikum, dass ihr so gut mitmacht, möge euch mit gutem Belohnen. Eine Sache nur, das müsst ihr bitte realisieren. Bitte speichert das im Herzen. Wenn ihr nach Hause geht, jeder einzelne von euch, und eure Mutter oder Frau oder Vater euch fragt, mein Kind, was hast du da gemacht? Will ich, dass ihr sagt, ja Abi oder ja Ummi, ich war vor Jebel Uhud, ein Jebel min Jannah, ein Berg von Jannah. Ich war vor dem Grab der besten Shuhada und habe über la ilaha illallah gelernt. Ich will, dass ihr das genauso sagt. Ich habe Jebel Uhud vor meinen Augen gehabt, war vor dem besten Menschen nach dem Propheten, radiu an alaikum, und habe über la ilaha illallah geredet und gehört, mein Vater. Bitte, liebe Geschwister, vergiss nicht, was für Menschen hier begraben sind. Wir werden das morgen nochmal besuchen. Ich habe gerade noch ein kleines Mädchen da hinten mit ihrem Vater spielen sehen. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, subhanallah, genau deswegen ist das passiert, was passiert ist. Damit wir endlich mal in Frieden leben können. Endlich mal, dass die Muslime friedlich leben können mit ihren Familien. Damit unsere Mütter la ilaha illallah leben können. Nach la ilaha illallah aussehen. Damit Schwestern nach la ilaha illallah aussehen. Damit Brüder nach la ilaha illallah aussehen. Als der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, mitbekommen hat, dass sein Onkel Hamza gestorben ist, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, ist zusammengebrochen. Damit er das realisiert. Weil wir denken, Prophet, ja Prophet, der ist gefestigt von Allah. Ein Prophet hat viel, viel mehr Prüfungen als du und ich. Ein Prophet hat viel, viel mehr Prüfungen als du und ich. Und er hat die gleichen menschlichen Gefühle wie du und ich. Und als einer seiner letzten Familienanhänger gestorben ist, gibt es eine Überlieferung, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, Schwierigkeiten hatte, sich von seinem Onkel Hamza zu verabschieden. Und er hat genau 70 Mal Salatul Janasa gebetet. In einer anderen Rewire sogar mehr als 70 Mal Salatul Janasa gebetet. Das müsst ihr euch mal realisieren. Ihr begrabt vielleicht, ihr begrabt vielleicht euren Vater, eure Mutter, eure Oma und euer Opa und ihr habt Schwierigkeiten, euch davon wegzugehen. Das ist unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam. Ein Prophet, ich habe das paar Brüder schon erwähnt, als er den Befehl bekommen hat, von Allah vor der Kaaba zu beten, haben die Qurayshsie gesagt, guck mal, dieser Muhammad, sallallahu alaihi wa sallamu alaihi, der provoziert uns. Der denkt, der ist was Besseres als wir. Der denkt, wir haben keine Macht hier in dieser Stadt. So ist einer, der Qurayshs, schnell zum Markt gegangen und hat volle Eingeweide, volle Kamel-Eingeweide mit Urin und Kot und Blut und Eiter gekauft, ist zu Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, gegangen und hat auf ihn geworfen. Und die Sahaba waren damals wenige, sehr, sehr wenige. Die hatten nicht diese Kraft, jetzt irgendwie aufzustehen, da was zu verändern. Weil der Schritt zum starken Iman, die Schritte zum starken Iman, sind kurz, aber die dürfen niemals stehen bleiben. Was denkt ihr, wer ist zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, gelaufen? Als Urin und Kot auf den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, geworfen worden ist. Seine Tochter Fatima, ich habe meinen Schech sagen lassen hören, hat gesagt, seine Tochter war drei Jahre alt. Ein kleines, dreijähriges Kind ist zu ihrem Vater gelaufen, weinend, und sagt, ja, Abiti, oh mein Vater, warum tun sie die das an? Genau deswegen. Genau deswegen haben die das angetan. Damit Muslime heute hinkommen können und über la ilaha illallah frei reden können. Über la ilaha illallah reden können, leben können, genießen können. Vergiss das nicht, liebe Geschwister. Damit beenden wir das. Mit zwei Aussagen. Es gibt eine Rewaya, die hat der Bruder gerade schon bei den Schwestern erwähnt. Ein Yaum al-Qiyama wird ein Mann vor Allah stehen und Allah wird ihn fragen, und er hat nichts Gutes gemacht. Und Allah wird ihn fragen, wenn ich dir die ganze Dunja geben würde, ich glaube sogar in Gold, damit du sie spendest, auf meinem Weg, würdest du das machen, ja, Abit? Natürlich, ich würde es machen, weil jetzt hat er Jaqin. Jetzt weiß er la ilaha illallah. Ich würde es machen, was fragst du mich da, mein Herr? Was sagt Allah? Ich wollte von dir noch viel, viel weniger auf der Dunja. Ich wollte von dir noch la ilaha illallah. Und selbst das hast du mir nicht gegeben. Burr al-Tawheed muss hier drinnen sein. Auf Zunge kann hier drinnen, muss la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah drinnen sein. Und zum Abschluss, Yawm al-Qiyama gibt es eine Überlieferung, dass ein Mann vor Allah steht und so wird gesagt, lies deine Taten vor. Und er wird lesen und lesen und lesen und lesen, so dass er sich schämen wird und seinen Kopf senken wird, weil nur Schlechtes getan worden ist. Und dann wird Allah fragen, hast du was Gutes? Hast du was Gutes vorbereitet? Er wird sagen, nein, mein Herr. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala sagen zu den Engeln, bringt mir das hierher. Denn bei uns wird nichts vergessen. Und dann bringen die Engel eine Karte und geben sie in der Hand dieses Dieners. Und Allah wird sagen, lies. Und er wird sagen, mein Herr, was soll ich denn lesen? Lies, habe ich dir gesagt. Was wird auf der Karte stehen? An diesem und diesem Tag hat dieser Diener gesagt, la ilaha illallah. Leg sie auf die Waage, mein Diener. Der Diener wird sich sagen, mein Herr, machst du Scherze über mich? Was soll diese Karte machen gegen all das, was ich getan habe? Leg sie auf die Waage, mein Diener. Er wird sie legen. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte, aufgrund der Schwere von la ilaha illallah, springt die Seite der Sünde hoch. Die ist vergeben, mein Diener, tritt ein ins Paradies. Bei uns wird nichts vergessen. Und dein Herr vergisst nie. Es gibt sogar eine Überlieferung, dass jede Tat, jedes Bittgebet, jedes Dikr von den Engeln zu Allah hochgebracht wird. La ilaha illallah nicht, weil es zu schwer ist zu tragen. Geht direkt zu Allah. Merkt euch das bitte, liebe Geschwister. Geht direkt